Vor einigen Jahren wurden zwei Moderatoren eines Podcasts verurteilt wegen eines Verbrechens, das sie nicht begangen hatten. Heute sind sie bekannt als Dirk und Klaus von Für Nüsse. Also wenn ihr einen Podcast hören wollt, dann wendet euch doch einfach an fürnüsse at gmail.com oder at fürnüssepod auf Twitter. Und vielleicht werden die Nüsschen kommen. Nee. Das ist der MacGyver-Titel. Fuck! Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie geht denn jetzt, L-Team? Ach du! Ja, es tut mir leid. So eine lange Vorlesung. Aber wunderschön. Hat er wunderschön vorbereitet. Das war jetzt glaube ich auch unser ganzes Feuer, weil du hast ja auch schon alle Adressen alles genannt. Ich hätte noch die Frage einflüstern können und schon die abmod. Kürzer als so ein Werbeblock hier bei uns. Willkommen. Kürzer als der Penis eines Vorstandsvorsitzenden. Apropos, hier hat ja gerade der neue güldene Jakob irgendwie da unten sein Revier markiert. Es ist ja irgendwie nur noch vorne dieser mobile Käfig vor deinem Haus. Und es ist ja alles ganze Schutt. Die Müllabfuhr kommt hier auch nicht mehr. Ja, okay. Aber ich meine, da ist jetzt halt erstmal die ganze Bauzeuge sind alles weg. Bloß 25 Parkplätze sind halt noch quasi frei, weil da halt noch dieser Käfig drumherum ist. Und in der Mitte. Ich dachte auch, das war nie so lange reserviert. Aber das Geile ist jetzt, in der Mitte steht halt so ein arschteures, ich fahre es nur am Wochenende bei so gutem Wetter, customized Bike. Und ich denke, da ist dann, weil da stand schon mal da mit so ein paar Leuten der besseren Gesellschaft. Und der hat bestimmt gedacht, ich denke mal, das wird jetzt hier auch mein privater Dauerparkplatz. Denn Klaus wird bald einen reichen Nachbarn bekommen, der sich für, wie war das, glatte drei Millionen? Ja, plus minus. Ja. Also mit allen drum und dran wahrscheinlich vier. Ja, du darfst dir jetzt auch nicht die Hunderttausende erzählen. Ja. Hier, hier, also hier. Über der Nüsse-Lounge. Das Dach gekauft. Das ist ja nicht irgendwie, es waren ursprünglich mal gedacht aus den ganzen Vorderseitenflügel und Hinterhaus irgendwie zwei Wohnungen, was ja schon krass ist. Jetzt haben sie gesagt, ey, eine. Das ist schon ein bisschen geiler, ne? Hast du halt deine 300 Quadratmeter. Für vier Millionen. Als Missionette auf zwei Etagen. Ja. Auf einem Haus, das wahrscheinlich genau wie dein Spaltern der Spree liegt. Deswegen musst du ja oben kaufen. Das Hausboot quasi. Ja. Aber halt auch die Ecke. Ich meine, klar, du hast ja schon ein paar hipstern Leute, die halt so eine Wochenendwohnung haben, aber du hast halt nicht diese High Society. Und du wohnst halt in der Ecke, wo der Müll nicht abgeholt wird, wie hier seit zwei Wochen. Ja gut, da kann es aber davon ausgehen, dass da wird dann separat jemand Privates kommen. Der den Müll bei dir in die Mülltonnen wirft, ja. Aber jetzt mal ehrlich, du hast deine Wohnung oben, oder diese Wohnlandschaft da oben für vier Millionen und kommst runter immer in diesen Innenhof, wo so ein kleiner, mieser, umgekippter Pipi-Teich steht und halt ein paar rostige Fahrräder. Ja. Und das dunkel. Ich verstehe es auch nicht. Wow. Ich meine, oben die Wohnung ist ja bestimmt geil, aber du musst ja ab und zu mal raus. Also in der Regel halt so einmal am Tag. Beziehungsweise, wie heißt das nochmal in Japan, China? Hikikomori, oder? So. Hikikomori. Also musst du auch einfach nur einmal rein und dann war es das. Ja, aber... Heutzutage kannst du dir ja alles liefern lassen. Ja, aber du willst ja schon mal... Ja, willst du das? Der hat doch da oben bestimmt irgendwo ein Bowlingzimmer, ein Kino definitiv. Das ganze Ding ist... Aber vor allem, dann war es ja auch, wie tief du da finanziell mit drin hängst, wenn dann hier der Keller neu gemacht werden muss. Und der Innenhof. Und so, da bist du halt easy nochmal zwei, dreihunderttausend los. Und das Geile ist ja, dass das Hinterhaus fast oben nicht bebaut ist, sondern halt so eine riesige, ich sag mal, Veranda-Dachterrassen-Area ist. Ja. Und du denkst, also du musst ja permanent Events schmeißen. Und ich weiß nicht, ob die dann vom Polizeipräsidenten Berlin so eine Sondergenehmigung haben, dass sie sagen, naja, nach 10 Uhr für normale Menschen. Aber sie schmeißen mal... Das glaube ich tatsächlich. Also ich meine, ich höre es ja hier auf der anderen Seite raus, wo schon bessere Menschen wohnen. Ja. Reiche Leute sind halt auch laute Arschlöcher. Ich meine, aber was würde denn passieren, wenn du deinen Anruf sagst, hier ist laut, dann sagen sie, warten Sie, meinen Sie, und zwar ganz oben, ja. Das tut mir leid. Oder was wird dann passieren? Das tut mir leid, Zauber. Wir können gerne eine Wache zu Ihnen vorbeischicken, um Ihnen die Schienenbeine zu brechen. Und hören Sie jetzt, Fips Asmus in einer Endlosschleife. Ja, aber schon geil. Also das mit dem Moped draußen, habe ich gesagt, das ist schon ganz klar behauptet, hier stehe ich öfter, einfach so wie ich will. Gut, das gucke ich mir gleich mal an, auf dem Weg raus. Ganz schnell mal gegenpinkeln, aber ganz schnell. Ja, schön ein bisschen Stuhl auf dem Sattel. Aber auch diesen separaten Aufzug, der nur nach oben fährt, der nicht zwischenhalten, sondern nur, das ist wie dieser Casimir-Aufzug bei Hallo Spencer, der nur hochfährt. Da gibt es nichts dazwischen. Und da habe ich auch gedacht, du musst nur einen oder anderen besoffenen, ungemütlichen Gast, äh, Quatsch, Gast, Nachbarn hier unten haben, der einfach mal im Suff unten denkt, ich scheiße den vor die Tür. Ich komme den zwar nicht hoch, aber irgendwann fährt der halt runter, macht die Tür auf und denkt, oh, scheiße, hier, warum wohne ich denn hier? Ich meine, okay, ich glaube auch gar nicht, dass er hier wohnt. Ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Zweitwohnsitz, beziehungsweise du hast halt in jeder großen Stadt in Deutschland. Auf 300 Quadratmeter, da kannst du ja nicht wohnen. Ja, das wäre so zum Empfang, so. Dass wenn man sagt, so, wie kriegt man halt so diesen rotzigen Berlin-Touch, also das heißt, meine Gäste, die sonst die ganze Zeit irgendwie alles Gute immer so erfahren. Oh, das ist ja viel cooler als in München hier. Das ist ja also richtig rau da unten. Die Raudis wohnen ja unter Ihnen. Richtige Rabauken. Ob der vielleicht nicht einfach, damit er nicht gestört wird, auch die vierte Etage komplett gekauft hat und die mit Bauschaum ausgeschäumt hat. Ich höre gar nichts. Das würde mich nicht überraschen. Sind Sie vorher ausgezogen? Ach, ich habe gesagt, von zwölf nageln wir zu, über Fenster sprühen wir rein. Über Jahrzehnte hört man das Kratzen in Bauschaum. Ja, Mensch, ist doch gut, dass auch Wohnraum geschaffen wird in Berlin. Ja, das ist wunderschön. Was war es nicht in der letzten Heute-Show, dass wir darüber gesprochen haben, dass das Ziel war, 30.000 neue Wohnungen und dann mussten es runter korrigieren auf 25. Das schaffen sie auch nicht. Und daneben schlägt sich dann die Zahl ein bisschen so gegen die Wand, dass pro Jahr 40.000 Menschen herziehen. Das sind keine Touristen sonst, die offiziell herziehen. Zusätzlich. Und die Abwanderungszahl ist sehr, sehr, sehr gering. Also da habe ich auch gedacht, 40.000. Ja, aber ich meine, irgendwann ist hier jetzt Zwangsstopp, weil keiner mehr wohnen kann. Ich frage mich generell, wo jetzt die alle wohnen. Also auch wenn du halt mit Geld kommst, jetzt sage ich mal so, natürlich jetzt nicht wie der Typ mit drei Millionen, aber du hast halt irgendwie so. Wobei, ehrlich gesagt, also auch mit drei Millionen, jetzt stell dir mal vor, der hat hier einen Job und müsste dringend hier wohnen. Ja. Und der Bau verzögert sich halt um ein halbes Jahr. Das, was er tut. Ja, eben. Und ich meine, das ist ja nun halt so die absolute, aber selbst irgendwie mit 200.000 findest du ja als Familie hier keine Wohnung. Ja. Ja, zur Miete. Ein paar Tage. Ja, aber ich meine, du kannst halt eine Wohnung kaufen irgendwo und hoffen, dass du irgendwo eine Lehre findest. Ja. Und dafür einen Bankkredit aufnehmen. Aber auch da musst du halt erstmal eine finden. Das stimmt. In der Wohnlage. Und das ist halt, also das ist jetzt ja für alle Bevölkerungsschichten ein Problem. Und dann halt immer von dem Chef der Deutschen Wohnen war jetzt ein Interview drin. Die hatten sie auch bei Welke. Im Tagesspiegel, genau. Wo es auch darum ging. Die ja ziemlich assi sind. Ja, genau. Die sind auf der einen Seite ziemlich assi. Auf der anderen aber auch, meint er, so viel über dem Schnitt von den Genossenschaftswohnungen liegen sie auch nicht. Mit dem durchschnittlichen Mietspreis. Und die Sache ist halt, die wollen halt auch neu bauen, was ja dringend gebraucht wird. Und dann ist halt auch so, was in Berlin auch stimmt, dass einfach nicht gebaut werden kann aufgrund irgendwelchen bürokratischen Scheißes. Also irgendwo meinen sie, in Westend wollen sie halt 60 Wohnungen abreißen, um 600 zu bauen. Das funktioniert nicht. Die sind da seit 10 Jahren dran. What? Und halt so auf kleiner Ebene. Und dann natürlich hätte man halt auch in Berlin niemals Tempelhof zur Abstimmung bringen dürfen. Also das ohne Wenn und Aber einfach großflächig. Nicht den ganzen Platz natürlich. Alleine wenn du nur ein Drittel bebaust. Ja, ich... Also ich meine, wenn du guckst, egal wann. Du kannst halt im Hochsommer gucken. Reden wir mal, ich such mal ganz kurz nach der Fläche davon. Du kannst halt im Hochsommer gucken und sehen, wie viel freier Platz da ist. Und dann sind da ein paar mit ihren... Im Winter. Dann sind da halt irgendwelche Leute auf ihren Rollerblades und ihren Kitesurfing-Schirmen und meinen, ja, aber es muss ja frei sein. Und dann... Aber du hast halt so... Also du hast ja nicht die Straße oder diese Fahrbahn, das Rollfeld, sondern du hast ja Mörder viel Grütfläche, die halt da tot ist. Die einfach nur im Sommer verbrennt. Ja, genau. Und im Winter halt zufriert. Ja, ich meine, im Winter ist da halt einfach so ein extrem, ähm... So ein extrem kalter Winter. Oh, 386 Hektar, das merken wir uns mal. Ich habe da keine Relation. Ja, warte mal. Deswegen gehe ich hier... Oder teilst du das jetzt durch Fußballfelder oder was ist das? Der Klassiker. Es gibt eine Website, wo man alles in Fußballfeldern und Saarländer umrechnen kann. Was ist denn das? Ich hoffe, die heißt auch fußballfelder- und saarländer.de. Was war nochmal die größte? Vonovia? Die größte Bau... Kann sein, ja. Da hat Welke erzählt, dass die letztes Jahr einen Plus gemacht haben von 1,5 Milliarden. Milliarden. Das war halt echt ordentlich. Und der Clou ist, dass die die Mieten nicht groß hochziehen, sondern die übernehmen mittlerweile die ganzen Subunternehmen der Nebenkosten. Also Hausmeisterdienste und Elektriker und die ganzen Handwerker, die ab und zu kommen müssen. Teilweise halt auch Müllentsorge und sowas. Das ist halt alles Subunternehmen der Vonovia und die schlagen dann enorm hoch. Und da gibt es dann regelmäßig Streitigkeiten, weil es dann heißt von wegen, hier hat jemand die Kellerfenster kontrolliert. Entschuldigung, aber wir haben gar keinen Keller. Ja, aber das hat er ja erstmal kontrollieren müssen. Was meinen Sie, wie lange der gebraucht hat, um festzustellen, dass da keine Fenster sind? Der ist wieder und wieder ums Haus gegangen. Also Flughafen Tempelhof hat eine Fläche von 386 Hektar. Das entspricht 540 Fußballfeldern oder 0,15 Prozent vom Saarland. Achso, ich dachte du, die Anzahl von Saarländern, dachte ich würde... Ja, es sind 0,0015 Saarländer. Okay, ja. Aber ich meine 540 Fußballfelder. Selbst wenn du halt 100 Fußballfelder davon baust, hast du immer noch eine extrem große Fläche. Und es ist halt auch, also ich komme aus dem Westen von Berlin, wo halt der alte Flugplatz Gato, der ja auch zu den drei Flughäfen von Berlin gehörte, also von den drei Flughäfen Westberlins, der ja auch dann irgendwann bebaut wurde. Weil natürlich kannst du ja nicht einfach so eine dumme Freifläche im Land stehen lassen. Und dann standen da halt Reihenhäuser, weil das halt am Rande der Stadt war. Aber es ist so viel Platz, da könnten so viele Menschen leben. Und das alles für Nüsse, für Nüsse offen zu lassen, für nichts. Aber das Gute ist jetzt hier bei euch unterm Dach hat ja keiner gelebt, außer ein paar Mäuse. Jetzt lebt wenigstens ein guter Mensch dort. Eben, ja. Dafür kann man auch mal zwei Jahre bauen. Ja, und es ist ja immer noch nicht vorbei, weil die Aufzugfirma sich offensichtlich immer noch weigert, den Aufzug da einzusetzen. Ja, weil er wahrscheinlich gesagt hat, ich will zum Schluss noch eine schwungvolle Kurve haben. Ich hasse dieses gerade hoch und runter. Sir, wollen Sie unbedingt jede Fahrt überleben? Zwischendurch möchte ich einfach nur, dass es aussetzt. Da wir halt ja gerade runterfahren, könnten wir vielleicht irgendwie immer so zwei Meter fallen. Einfach mal so. Einfach so eine Etage nur fallen. Fahren, fallen, fallen, fallen. Angeblich ist wohl hier auch im Gespräch, dass hier im Hinterhof auch ein Fahrstuhl hinkommt. Hä? Ich weiß auch nicht. Aber wohin denn? Ja, das ist auch so eine Frage. Björn hat mal mit den Leuten geredet und meinte, die haben das wohl bei der Eigentümerversammlung auch schon gesprochen. Ist Björn Eigentümer? Nein. Nein, Björn hat das mit den Leuten hier im Haus bequatscht. Also direkt vor das Fenster vom Treppenflur, vom Hausflur. Ja, wie bei uns halt auch im Vorderhaus. Ja, genau. Ja, ich meine, aber warum jetzt? Ja, weil reiche Leute zu faul sind, Treppen zu nehmen. Das ist die Lektion. Ich meine, aber das Ding wäre doch dann nur bis zum Vierten oder würde es dann auch bis zum Fünften ab? Das würde ja nicht gehen. Das wäre ein gewöhnlicher Aufzug dann. Das heißt jetzt, weil wahrscheinlich Leute, du hast ja gesagt, im Vierten hat das eine gekauft. Es haben schon mehrere gekauft. Also alle leeren Wohnungen hier sind schon weg. Also ist alles verkauft hier? Das ganze Haus? Bis auf meine Wohnung. Ich bin das gallische Dorf hier. Ehrlich? Nee, nicht ganz. Björn ist auch noch da. Ja, aber unten die WG, das richtig dunkle Loch. Ja, die sind raus und angeblich soll da eine vierköpfige Familie einziehen. Ach du Scheiße, die Arme. Allerdings. Ich hoffe, die haben irgendwie so eine Lichtallergie oder so, weil es ist ja nichts. Aber auch die Fläche meiner Wohnung für vier Leute. Stimmt, ist ja die gleiche. Vier Leute. Also auch wenn du eine Wand einziehst. Ich meine, du kannst sie hier nicht. Das ist ja die Sache. Das ist, wenn hier ein Fenster wäre, wo ich gerade hinzeige. Mega guter Content. Wenn hier ein Fenster wäre. Er tagt nach links. In einem großen Berliner Zimmer mit einer riesen dunklen Ecke. Wenn da ein Fenster wäre, könntest du ja eine Wand reinziehen. Da hättest du zwei kleinere Zimmer. So easy peasy. Aber so hast du halt genau wie der Affe unter mir. halt einen Raum ohne Fenster. Du musst überall einen Flachbildschirm, der die ganze Zeit Fenster simuliert hat. Und den Horror-Brutalo-Kanal sein. Aber ich meine, das geht. So kannst du doch nicht. Oder willst du die Küche rüberlegen hierher, dass du eine große Wohnküche hast? Wie ist das? Pantry-Küche, die klein? Das heißt, man kann doch eine Wand noch in die Küche reinziehen. Man muss ja nur vor den Geräten stehen können. Cool. Das macht man dann im Wohnflur. Du kannst doch nicht mal sagen, dass du die Kammer rausbrichst. Und dann sagst du, schiebst die Küche halt den Meter nach hinten und machst das kleiner und da zwei Zimmer hin. Ich schlag sie in den Kammer. Weil da halt eine massive Wand ist zwischen Kammer und Küche. Da ist eine tragende Wand. Ich wollte gerade sagen, solange sie nicht tragen ist. Aber dann könnte man vielleicht auch nur zwei Stützpfeiler reinsetzen. Und dann ausschlagen. Das haben wir auch in der Lampe schon mal gemacht. Ja, hallo? In der Lampe wurde das ganz unten des Gebäudes gemacht. Ja, aber den Bau habe ich auch geleitet. Wie du hörst, kenne ich mich aus. Du bist fast entschlafen, mein Freund. Weil du meintest neben Generatoren und CO2 50% kann man gemütlicher einbauen. Das Vibrieren des Motors hat mich sanft in den Schlafgewogen gelegt. Und der Diesel hat so leicht nach Malz geschmeckt, der jetzt in der Luft lag. Der Winddiesel. Puh, nicht schlecht. Ja. Ja, aber dieser läuft. Läuft. Bitcoin bringt uns. Ja, du hast gesagt, Bitcoin ist jetzt von. Bringt uns wieder. Bisschen 3 auf 4 irgendwas. Ja, der war zwischendurch schon mal wieder bei 4,6 noch was. Hätten wir da mal verkauft. Dann wären wir hier schon wieder gemacht. Ja, wie, dann hätten wir 8000 bei 8000. 8000 Unterschied. Erst bei 100.000 verkaufen. Spannende Geschichte. Bitcoin Cash, 263 Euro. Für dich nicht interessant. Bitcoin Gold. So, halt dein Fonds-Monet fest. 16,22 Euro. Ja, jetzt waren wir es irgendwie bei 11.12 Uhr. Ja, in der Krypto-Corner von Fönnüsse. 4 Euro weniger Verlust. Ethereum, 148 Euro. Habe ich, glaube ich, gar nicht. Doch, hast du. Du wirst für 630 Euro gekauft. Halt doch mal, ich schlute hier. Und hier irgendeine Währung, die heißt BSV, ist bei 76 Euro. BSV, das war doch auch was. Stripe, Foldering. Ja, genau der. Foldering, Foldering. So, siehst du, wir sind bald gemachte Männer. Ja, dann kannst du aber mit deinem Kollegen hin aufzunehmen. 4.481. Der ist schon gestiegen, seitdem wir hier moderieren. Wir haben Geld verdient in dieser Show. Nee, unseren Verlust haben wir um 0,001 Prozent verringert wahrscheinlich. Das ist doch jetzt Makulatur. So, jetzt aber mal Fönnüsse. Jetzt aber mal. Ich habe eine Mörderfrage mitgebracht, das ich Ihnen schon längst gestellt habe. Sie betrifft uns eigentlich beide, aber ich habe schon so viel Scheiß mit zu tun gehabt. Also, eigentlich einfach, aber man kann sich ja wahrscheinlich darin verlieren. Meine Frage ist, wie schläft man am besten? Du als alter Schlafbauer. Als Schlafbauer. Ich schlafe ja gerne mal auf dem Sofa, auf dem ich hier sitze, ein. Da können wir zwei Hintern drauf. Dann rollst du dich da ein wie eine Katze oder was machst du? Mit deinem alten Gummibain. Am besten schläft man ja, wenn man nicht schlafen darf oder schlafen sollte. So wie jetzt. Nee, entweder ich oft dann mit den Knien an der Kante und die Waden hängen runter. Aua. Die ersten Schritte danach sind erstmal wie eine Robbe, oder? Ich kann gehen. Ach, ich bin eine Robbe. Ein bisschen wie ein Reh oder so ein Rehkitz, was frisch geworfen wurde. Entweder das oder auf dem Rücken wie ein Käfer und die Füße an der Wand. Dann schmeiße ich aber einen Apfel in den Rücken. Das ist auch ganz gut. Da schläft man auch ganz gut ein, weil das ganze Blut einem in den Kopf läuft. Das ist ja vielleicht auch schon mal eine Idee. So eine leichte Dracula-Fledermaus-Aktion. Ja. Habe ich auch mal an der Wägen gezogen an meiner neuen Klimmzugestange. Hast du? Ja, du hast ja Up Gravity Boots. Noch habe ich es nicht gemacht, aber ja. Aber, ach, das habe ich immer bei meiner alten festen Klimmzugestange gemacht. Das ist echt geil. Also es hieß zwar immer so von wegen, solltest du nicht so über die zehn Minuten kommen, wenn du jetzt nur hängst. Weil dann soll es irgendwie schwierig sein für den Kopf. Aber wenn du die erstmal geschafft hast, glaube ich, dann merkst du, sehr egal. Gut, was interessiert dich deinen Kopf, wenn du einen gesunden Rücken hast? Das waren seine letzten Gedanken. Bist du mir so ein ertrinkender Mann auf See? Das ist geil, man hat so das Gefühl, der ganze Kopf, also dass man etwas im Mund hätte, aber dabei ist es halt alles im Hirn, dass man immer... Ja, also du hast dir doch vor kurzem aus 500 Kilogramm Fichtenholz ein Bett gezimmert, oder? Das ist relativ leicht. Ja, wenn du es vergleichst mit einem Hammer. Nee, tatsächlich, also für das Gestell dieses Fichtenholz wiegt ja nichts. Die Matratze ist halt relativ schwer. Ja, aber ich habe immer noch das alte Ikea-Lattenrost. Also eigentlich, wo das draufliegt, ist ja Makulatur und auch in einem Test... Das war dein Lieblingswort heute, ne? Ja. Das ist heute fürs Bingo ganz gut. Das war mein Wort des Tages. Ich habe an einem Test gelesen, dass das Lattenrost ist wohl eh völlig egal. Also das ist das Schlimme. Ich habe ja ein paar Sachen gelesen und du kannst dich ja totschlagen, weil jeder Anbieter der einzelnen Komponenten sagt natürlich, das ist wichtig. Vergessen Sie das Gestell. Ohne Lattenrost sind Sie gefickt. Also das war tatsächlich die Stiftung Warentest. Ja, die sind ja neutral. Die Matratzen, also das gehe ich ja d'accord, dass die einen Unterschied macht. Und die meinten, statt Lattenrost kann man genauso gut eine Pressspanplatte verwenden oder eine OSD-Platte. Das ist ja wohl Makulatur. Das Problem ist nur, die Platten sind halt nicht so belüftet, wie das Lattenrost ist. Ah ja, kannst ja durchbohren. Ja. Dann hast du die Matratze und das Rost gleich. Einfach die Matratze mit Spacksschrauben an der Platte befestigen. So, dann hast du noch leicht durchblutungsfördernde Maßnahmen gebaut. Oder neue Erfindung, Federschrauben. Die sind wie Federn, wie so Taschenkernfedern. Und die schraubst du von unten in eine Matratze. Das ist ein Speziell, um sich an Matratzen zu schrauben. Na? Kann man damit eine Million holen bei der Höhle der Blöden? Bei deinem neuen Nachbarn vielleicht. Das ist wahrscheinlich Frank Thelen. Uh, da bist du wahrscheinlich der Erste, der morgens hier auf Toilette geht, sondern in den Innenhof pinkelt und immer versucht, wieder rauszukommen. Morgen, Frank! Wenn Frank Thelen bei mir einzieht, wird er ein Unfall. Wie habt ihr es zuerst gehört? Könnt ihr bei B.Win gleich wetten? Beziehungsweise erstmal musst du ja in seine Nähe kommen. Ich habe ja gesehen, dass er gerne irgendwelche so kleinen Imagefirmen nutzt, um dann halt hier auf der Warschauer Brücke oder sowas sich zu filmen. Und du hast echt das Team gesehen, so zwei Leute und rennen da hinterher mit allem Equipment und drehen das halt. Ich habe ihn da mal bei Fotos gesehen. Kennen die, was? Ich habe ihn da mal bei Fotos gesehen. Wie bei Fotos? Auf der Oberbaumbrücke. Dass die Fotos von ihm gemacht haben, ja. Also das ist der öfter der VW. Und dann immer, ach so wegen der Skyline-Scheiße da. Ja, ja. Das ist halt wirklich markant. Aber meine Güte, ey. Ich habe den ja auch zuerst nicht erkannt. Ich habe nur auf Distanz gesehen. Das ist irgendjemand, der überhaupt keinen Charisma hat. Aber er steht auf dem Skateboard wahrscheinlich. Das erzählt er alle drei Sekunden. Ja, ich war ja früher Skater. Das hat mich ja auch irgendwie durch die schweren Zeiten gebraucht. Skater, ich habe ja viel geskatet. Und dann habe ich immer nur Smacks gegessen. Ich habe nur Smacks und Cornflakes und geskatet. Ich habe ja von nichts mich ernährt. Das klassische amerikanische Modell. Du frisst halt irgendwie Peanut Butter Jelly Brote dann irgendwie nur 30 Monate. Und dann hast du endlich deinen... Ja. Ja, cooler Typ. Das ist echt gut. Also du schläfst am liebsten auf deiner Frank-Thelen-Fan-Bed-Wäsche. Ich schlafe am liebsten auf Frank-Thelen. Ich mag dieses käsebleiche Gefühl. Ach so, ich sage den Duft. Frank, machst du das? Ich mag es nicht. Nick doch einfach nur. Das Reden ist immer viel zu feucht. Erste Frank-Thelen hat so ein bisschen das Charisma von so einem abgestandenen Glas Wasser. Leitungswasser. Abgestandenes, lauwarmes Glas Leitungswasser. Das wechselt ja immer durch, oder die meisten wechseln ja durch, aber die Figuren, die in der Höhle der Löwen rumhüpfen, da gibt es ja nicht einen, wo du sagst, meine Güte. Ich habe ja noch nie was davon gesehen. Ja, aber du weißt, dass da Maschmeyer rumhüpft. Dann war der Typ von Jürgertour, dann hat er, glaube ich, irgendwie Klagenhals gehabt und raus dann oder so. Das kann jeder in Deutschland besser schlafen, wenn Carsten Maschmeyer im Gefängnis säße. Ja, ich glaube, sein Oberlinbart ist ja schon weg. Veronika Ferris. Echt, nein, die sucht doch sowas. Die verdient auch sowas. Wer so spielt, verdient einen denn Carsten Maschmeyer. Wir entfernen uns so von der Frage. Du bist jetzt wieder am Aufregen. Merkst du, wie diese dicke V-Arm. Das ist das Gefühl, wie dass du zwölf Finger hast. Das ist Pieszeichen auf deiner Stirn. Könnt ihr für Nüsse Bingo gerade mal abhaken. Klaus hat wieder einen Wutausbruch, unberechtigterweise. Ja, also, du hast dein Bett selber gebaut, aber du hast keinen Lattenrost drauf und du hast so eine alte, durchgefurzte Federtaschenkernmatratze drauf. Ja, ja, ja. Ohne Schoner irgendwas. Steht auch, doch, mit Schoner. Mit Schoner. Und dann hast du halt ein ganz normales Down oder noch ein billiges, diese komischen Viskosefasern von Ikea für zwei Euro. Ja, du meinst als Bettdecke. Nee, 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 ich meine Kopfkissen. Uh, ich habe auf jeden Fall ein billiges. Ich glaube, ich habe sogar eins von Lidl. Nö, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Ja, das finde ich auch. Also, ich meine, die ganzen Lidl-Sachen sind halt, also egal, bei welchem billigen Laden man kauft, man kann die Sachen genauso gut beim Discounter kaufen. Meine Ansicht dazu. Na gut. Na ja, komm, also ich meine, ich habe jetzt drei Paar Schuhe davon, die mindestens qualitativ en par sind mit Deichmannschuhen. Ich finde das Lidl-Emblem an der Seite ganz schick bei dir. Und wie viele Sportklamotten haben wir bei Lidl geholt? Alter. Die sind qualitativ. 70 Prozent meiner Ausrüstung, glaube ich, Lidl. Ja, und ich muss halt, also. Also paar Sachen sind scheiße, muss ich sagen. Ja, das stimmt, aber. Dieses blaue Ding, was wir geholt haben, wo wir aussehen, wir sind ehemaliger Tengelmann-Einräumer. Früher Plastiktüte auch. Wo wir uns das alles aufgeschritten hatten. Genau, und der Rücken sollte so ein Belüftungssystem. Es ist ein enges. Also wenn ich das noch habe, kann das auch echt mal weg. Wir sehen echt aus wie Würste, wenn wir die anhaben. Ja, aber so die neueren Sachen davon sind halt echt gut. Die Sporthosen sowieso. Mein Lachsshirt, was du mir geschenkt hast. Das Lachsshirt ist super. Mit V-Auschnitt, damit ich nicht immer den Hals wegschneiden muss. Ich habe den Kragen besser gesagt. Also die Hosen sind halt. Die Hoden sind wunderschön. Die sind definitiv auch vergleichbar mit den Hosen von Mikey und Alex. Er hat nicht gemerkt, dass ich Hoden gesagt habe. Was? Ich habe gerade Hoden gesagt. Ja, die sind definitiv. Nein, ich meinte Hosen. Ich meinte Hoden. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Also das Bettgestell fangen wir an. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Beziehungsweise das ist ja eigentlich scheißegal, wenn man sagt, man hängt dann da irgendwie das Rost rein. Genau. Den Rost? Das Rost? Das Rost. Und der Grillrost? Oder der Lattenrost? Schwierig, schwierig. Aber es ist der Rost, der oxidiert. Ja. Oder durch Oxidation entsteht. Ja, ja. Boah, meine Hose stinken. Der riecht an seiner Hose. Kennst du das, wenn du irgendwie gewaschen hast und die Sachen vermutlich nicht komplett durchgetrocknet hast, weil du nicht drauf geachtet hast und dann irgendwie zusammen, dann stockt das so. Und ich habe das Gefühl, ich kenne die normalerweise. Das ist auch so ein ganz eigener Duft. Ja, und es stinkt richtig. Ja, es ist... Ja, okay. Also, Lattenrost hast du nicht, ne? Doch, habe ich. Achso. Hast du ein einstellbares Lattenrost? Oder einfach diese Dinger, die dann so... Ja, aber das ist einstellbar. Das hat null Wirkung. Ich verstehe es auch nicht. Also, ich glaube, ich hatte sowas noch nie. Aber ich habe so ein paar Leute mal gekannt oder kenne welche mit einstellbaren... Aber es nutzt ja keiner. Ach, du meinst jetzt das Kippbare. Genau. Nein, nein, ich habe eins, wo man die Härte gerade auf der Wirbelsäule einstellen kann. Wie, was? Ach, du hast halt so Plastikdinge und so ein paar in der Mitte sind halt doppelt. Also, du sitzt vor mir und machst Handbewegungen. Ich kann mir nicht vorstellen, was du meinst. Latten. Das sind Plastikdinge. Das ist ja jetzt nicht international versteckt. Ja, das ist eine Latte und zwei Plastik... Und in der Mitte sind einige Latten doppelt. Ja? An der Brustwirbelsäule. Von der Lenden bis zur Brustwirbelsäule. Jetzt wird er lauter. Dein Trick des Großvaters. Wenn er sie versteht, dann schreie es ihnen ins Hirn. Doppelte Latten. Doppelte. Und da sind so Plastikdinge dabei. Ja, aber da kannst du sie doch eh alle zwei Zentimeter in der Latte. Ja, aber da kannst du sie außen dichter zusammen machen. Das heißt, die Abstände sind kürzer dann, oder? Oder innen dichter zusammen machen. Ich weiß... Hört mir gar nicht zu. Ja, ich weiß das so. Dann redest du einfach weiter. Sie sind Lehrer, der vor so einer schreienden Klasse steht. Karl Marx war... Weiß es jemand? Irgendjemand? Bueller? Niemand? Wo ist Bueller? Jetzt ist er schon wieder ganz traurig in sich zusammengefallen. Wie so eine alte Möwe. Übereinander. Die Latten sind doch übereinander. Wir sind zwei übereinander? Ja! Jetzt habe ich es geschnallt. So, und dann kannst du sie außen verbinden oder innen verbinden. Und eins von beiden soll für einen härteren Liegegrad sorgen. Also eine liegt dann... Eine liegt dann... Ist dann drinnen und die andere liegt dann auf einer Seite nur auf. Ja. Und die, die aufliegt, ist auf der anderen Seite innen und die... Nee, nein, nein, nein. Die sind beide in der Mitte verbunden. Und dann gehen sie außen auseinander. Hä? In der Mitte haben die auch nochmal ein Gelenk? Ja. Aber dann siehst du doch eher weicher, weil die in der Mitte... Ja, genau. Und dann kannst du sie halt außen verbinden mit diesen Plastikdingern. Und dann sollen sie härter werden. Aber das hat überhaupt keine Wirkung. Ich habe es nur zur Hälfte verstanden. Das ist doch vollkommen banal eigentlich. Aber was ist denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast und dich drehst? Dann gehst du ja vollkommen kaputt. Weil im Fuß ist es wabbelig weich und... Das macht keinen Unterschied. Die Matratze ist auf jeder Latte gleich hart. Zu 100 Prozent. Kein Spruch, das war zu einfach. Was? Okay, also du meinst natürlich, mein Lattenrost-Hersteller ist enorm wichtig. Ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte einmal so ein ganz Billo-Lattenrost, schon ewig her. Aber das Problem war einfach nur, dass sich das halt generell dieses Metallding, der Metallrahmen gerne mal hin und her bewegt hat. Und der Rahmen vom Bett war halt schon so alt und ausgeleiert, dass das Lattenrost noch so eine ganz schmalen... Das war dein altes Ikea-Bett. Nee, 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 noch davor. Das hast du nicht kennengelernt. Schade. Und da lag das Lattenrost immer nur so auf seiner Gap. Schade. Hätte ich gerne kennengelernt. Knabenfotos.de. Da stellt Klaus alle Bilder von uns rein. Auch die Jüngeren. Darf man das eigentlich? Was? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, meine Fotos, ich habe ja recht auf mein Bild und Ton. Ich sage von wegen, ich stelle jetzt die ganzen Kinderfotos von mir rein. Scanne ich ab und sage, hier, guck mal, da war ich nackt drei Jahre an der Ostsee oder sowas. Da kriege ich aber schnell ein paar Freunde, oder? Aber nicht die richtigen, Dirk. Das sind nicht deine echten Freunde. Was? Aber die schreiben Komplimente. Hey, schöner Piepmatz. Das ist nicht lustig. Okay. Aber ich hätte jetzt recht, ich habe kein Problem. Nee. Naja, wenn du nackt bist, weiß ich nicht, ob das, auch wenn es deine eigenen Fotos sind, nicht unter Verbreitung von Kinderpornografie fällt. What? Ich meine, wenn ich jetzt halt über so einen komischen Tor-Torrent-Eingang mich auf... Ja, genau, wenn du es halt versteckt machst, dann ist es nicht mehr illegal. Gut erkannt. Wie heißt das? So ein Tor-Browser im Dark Web. Da, wo kein Kläger, auch kein Richter, oder wie ist das? Ja, irgendwie so. Ja. Okay, das war ja kurz mal ein schlechter Seitenheb von mir. Was wollte ich gerade wissen? Ja, genau, dieses Lattenrost. Das ist immer fast da runtergefallen von der Auflagefläche. Da habe ich dann halt extra Holzblöcke festgeschraubt, damit das dann irgendwie hält. Und das Geile ist natürlich, ich habe die von innen in den Holzrahmen vom Bett geschraubt, dass außen immer so ein halber Zentimeter Spitze von Spackschrauben rausgeguckt hat. Da brauchte ich so ein halbes Jahr, um mich dran zu gewöhnen, dass ich nicht direkt mit meinem Wader oder irgendwie mit dem Bein direkt an das Bett an manche Stellen kommen sollte. Wenn man dann morgens immer dachte, wenn man das Bein so runter schiebt, ach so, und wach. Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, wenn du dich so ein bisschen überlistest und stellst zum Beispiel so wie du, du hast jetzt ja auch von mir diese, auch wieder guter Grund, die Shiatsu oder Massage, Nadel- oder Nagelmatte. Und die klebst du mit Doppelseite in den Klebeband schön vorne als Bettvorleger. Morgens, meist hat man ja keine Socken im Bett an, aber auch mit Socken würde es, glaube ich, ein guter Reiz geben. Meist hat man keine Socken im Bett an? Ja, es gibt ja Menschen, wir sprechen ja von allen, es gibt ja Menschen. Ihr seid keine Menschen für mich, wenn ihr mit Socken schlaft. Also, als ob Dortmund nicht im hohen Winter sich irgendwie einmimmelt und mit dem Raumanzug und Socken ins Bett geht. Das macht selbst sie nicht. Na gut. Socken im Bett, habe ich noch nie gesehen. Es gibt sogar Schlafsocken. Es gibt Socken, die eigentlich nur fürs Bett geschraubt wurden. Naja, jedenfalls, wenn du dann halt morgens aus dem Bett rausgehst und dein erster Schritt ist halt so eine Nadelmatte, dass du dann, kannst dir einen Kaffee knicken, alles, kalte Dusche, bis gleich, bumm, wach. Ist das nicht gut? Das ist schon gut. Oder meinst du, man konditioniert nach dem zweiten Mal schlafen und steigt immer mit einem Riesenschritt raus, wie bei Silly Walk und Monty Python. Aber da hätten wir schon mal einen Punkt. Also diese Nadelmatte, beziehungsweise Scherzumatte, die soll halt zum Beispiel, die ist ja generell eine Durchblutungsförderung, bla bla bla, und die soll halt auch als eine Wirkung haben, dass man halt viel besser einschläft und durchschläft. Und ich dachte habe, okay, wenn jetzt einfach nur die Muskulatur einmal so ein bisschen stärker geblutet wird, das würde den Schlaf dann irgendwie fördern. Na gut. Aber auch das zum Beispiel Arbeiten mit den Gravity Boots, also das reine Aushängen. Wahrscheinlich, weil man halt im HWS-Bereich dann halt so ein bisschen entspannter ist und da halt die Durchblutung... Ich habe es ja gesagt, das Aushängen wirkt bei mir eigentlich eher im unteren Rücken, in der Lendenwirbelsäule. Ja, wo jeder seine Probleme macht, aber generell soll das halt förderlich sein, dass man danach halt auch irgendwie, also wenn man es regelmäßig macht, dass man leichter schläft. Oder zum Beispiel Magnesium vorher sich reinschmeißen. Das soll halt auch irgendwie, weil das halt so Muskel-Relax-Action dann bringt und dann wird es halt so ein bisschen weicher runterkommen. Aber wir hingen ja noch fest beim Lattenrost, wo wir jetzt sagen, das ist für uns, das ist für uns Käse scheißegal. Schmeißt euer Lattenrost weg, kauft euch eine USB-Platte im Baumarkt. So. Nee, bei dem Ikea-Scheiß, da hatte ich ja dann halt auch echt diese, einfach diese Holzbalken, die dann mit so einem komischen Faden aneinander getackert waren. Das war mindestens, das war irgendwie so alte Nut- und Federbretter und sind ja zum Glück auch ganz günstig gewesen. Natürlich ist dann halt der Nachteil, dass du halt da nicht wilde Feder-Dings hast. Aber wenn dich daran gewöhnt, dann ist ein Bett mit so Lattenrost, wo es richtig rumwackelt, ist, finde ich richtig gruselig. Also das finde ich schon beim Sofa komisch, wenn man sich reinzieht und sieht. Also meins ist sowieso, das Lattenrost ist relativ hart. Also da ist nicht die kritische Stelle. Die Matratze ist halt inzwischen einfach ein bisschen zu weich. Ja, das ist halt das Ding, glaube ich. Also ich glaube, da konzentrieren sich die meisten drauf. Klar, die ganzen Firmen und sowas, die sagen, alles ist wichtig. Aber ich glaube, die Privatpersonen, so wie wir, ich glaube, die meisten konzentrieren sich irgendwie auf die Matratze. Also ich meine, das Bett ist ja auch mehr oder minder ein Design-Element. Du hast dein Ziel rausgeworfen inzwischen? Genau. Ich habe mich ja da irgendwie verschiedene Sachen, also weil ich irgendwie gemerkt habe, aber ich hatte halt auch das Problem, als ich nach Berlin kam, hatte ich halt eine alte Kaltschaummatratze, die ich irgendwann mal für 80 Mark bei Aldi bei Hannover gekauft habe. Aber in Letta habe ich mir die damals gekauft. Und die war halt super geil, bloß irgendwann hatte ich so den Spleen gekriegt, ja komm, ich brauche was Neues, ich muss mir irgendwas gönnen. Und da habe ich mir so eine damals arschteure, für mich arschteure, war ja noch während des Studiums, so eine Sieben-Zonen-Matratze geholt, auch Kaltschaum, aber das war die, die dann so, ich weiß nicht, was daran so geil sein soll, wo die Oberfläche so, ich würde sagen so 10 oder 5 Zentimeter, ist halt so eingeflext, hast du halt so ein Karomuster drauf. Und das ist halt im Kopfbereich und im Lendenbereich sind diese Karomuster halt noch viel enger, also viel feiner, dass du dich da feiner reinlegen kannst. Das Problem war nur, was ich bis dato nicht wusste, dass du natürlich nicht jede Matratze kaufen kannst, sondern musst halt gucken auch, wie schwer du bist. Und ich hatte glaube ich eine, die nur 14 Zentimeter dick war. Und für mein Gewicht bräuchte ich glaube ich irgendwie ab 20 aufwärts oder so. Und das war dann schon so, und ich bin Seitenschläfer, dass ich schön mit der Hüfte gerne mal halt irgendwie, nicht das Lattenrost, sondern diese Lattenplatten oder beziehungsweise das Lattenbrett oder wie das heißt, immer schön gebohrt haben, dachte ich immer, oh, das ist ja doof. Okay. Ja, und da habe ich das glaube ich nach, ja, nicht zwei Jahre, aber dann als ich hier dann eingezogen bin, oder dein Nachbar wurde relativ schnell gemerkt. Das ist mir... Jetzt kann man sehen, ein Hülden-Dirk ist, der mit den drei Millionen, der jetzt im Dachgeschoss wohnt. Genau. Und mein kleiner, goldener VW-Bus steht unten nur für mich. Damit fährt er durch die Republik und löst exklusive Verbrechen. Aber nur auf die ich Lust habe. Ja, und dann habe ich diese Matratze weg, rausgesprungen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, es kam diese ganze, als das alles anfing mit hier Minimalismus und sowas, was es mir interessiert und dann, was man alles braucht, was nicht. Und ja, und dann habe ich das... Nee, genau, meine Freundin hat bei mir gepennt und hat gesagt, Alter, das ist halt einfach zu weich, ich kann nicht auf dieser Matratze schlafen, das tut echt nur weh, ich schlafe auf dem Boden. Und dann, sie hat halt auch irgendwie, glaube ich, mal ein halbes Jahr oder sowas generell auf dem Boden gepennt. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob Oskar es schon gemacht hat, aber er wollte sich auch Tatami einfach kaufen zum Schlafen. Ja. Also ich meine, die sind ja ordentlich teuer, aber du hast dann wohl auch ziemlich lange was. Sind die so teuer? Ja, der kostet halt eine Matte und eine Matte reicht halt nicht, weil die Tatami größer sind ja... Ja, drei brauchst du eigentlich. Genau. Und eine ist dann irgendwie schon 200 Euro oder sowas. Also ich habe da mal welche geguckt, wenn du halt dann echt so eine handgeflochtene Dinger, die halt jetzt nicht maschinell und Billo, sondern Original-Tatami, dann, das ist dann halt echt Qualität natürlich. Und du legst die ja nicht in zwei Jahren durch, aber du investierst dann erstmal. Du musst dir echt sagen, ich will so pennen. Ja gut, aber 600 Euro geht auch. Naja, komm, aber 600 Euro kannst du für eine Matratze auch easy ausgeben. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich happig. Also habe ich für meinen fetten Futon auch nicht gezahlt. Aber naja, muss jeder für sich... Du hast doch diese alte Furzlaken da und sagst dir 600 Euro. Ja, die hat 400 gekostet. Das durchgelegene Ding? Nee, ich habe sie nicht durchgelegen gekauft. Ich dachte auch, ich investiere mal in etwas Härte. Aber das ist doch Taschenfederkern, oder? Ja, ich glaube, die ist auch Kaltschaum, aber... Wie, das merkst du doch, ob da Federn drin sind oder nicht. Vor allem, wenn die durchgelegen ist, dann hast du ja schon fast ausziehende Federn. Federn sind nicht so eine Sonne, Kaltschaummatratze, aber auch irgendwie mit mehreren Schlafzonen und so einem Gedöns. Gedöns. Nee, ist es auch noch nicht. Ich hatte sie neulich mal aufgemacht. Nee, aber du hast sie auf... Die hat einen Bezug, den du abnehmen kannst und waschen, theoretisch. Und dann ist die komplett öffnet, wenn du sie doch trotzdem noch... Nein, du kannst an der Seite reinkommen. Und das ist halt Schaum. Ah, damit du dein Geld und deine Aktienpapiere da rein... Meine Bitcoin. Und diesen Käse, den es mir zu kaufen gibt, diesen Flusskäse, diesen Gouda-Streichkäse. Das sind bestimmt die letzten Reste in deiner Matratze drin. Deswegen ist sie immer glatt wie ein Bergsee am nächsten Morgen. Ja, aber die heißen wie, was ist denn, Bett 1 und... Das ist ein guter Name. Nee, die meinten, die haben die Testsieger-Matratze. Schluss mit den Matratzen-Kartellen. Das ist ja die Kartell. Ja, genau. Das ist die vom Bett 1. So heißt die Firma, genau. Das hätte ja auch die Mutter empfohlen, ne? Ja. Und da hat sich die ja geholt. Die ist ja irgendwie eine mittlere und einmal seid es hart. Und ich meine, das ist der Knaller. Du kannst halt nie was falsch machen. Soll halt irgendwie super geil sein. Ja, die von Casper, die machen, glaube ich, was Ähnliches. Auch in einer ähnlichen Preisklasse. Aber da zahlst du ja auch 300 Euro für eine Matratze, glaube ich. Und da ist die Sache aber auch, also bei diesen ganzen, die wurden ja irgendwann total gehypt, diese ganzen innovativen, handgeflochtenen Matratzenblatt, dass halt dann irgendwie die nicht halt die irgendwie weitergeben an DEL oder sowas, sondern dann kommt halt deren Bringdienst, bringt die bis zu dir in die Wohnung rein. Und du kannst halt bei einer Matratze waren sogar irgendwie, haben sie mit geworben, so 99 Nächte oder eine Nacht oder sowas. Bei Casper ist es 100 Nächte. Ja, und dann kannst du sie halt bis zu dem Zeitraum ausprobieren und problemlos wieder abholen lassen, wenn du sagst, nee, ist nicht meins. Weiß ich, was mich ja da doch mal reizen würde, wäre, wenn sie die Alte gleich mitnehmen. Das ist halt. Das ist so, das ist, wenn dir eine Waschmaschine meist dir bestellt oder einen Kühlschrank. Dann sagen sie, komm, hier, nehmen wir mit. Nein, 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 den will ich noch. Wir nehmen den mit, haben wir gesagt. Haben sie deine mitgenommen oder hast du dir über eBay-Kleinanzeigen vertickt? Was meinst du? Deine Matratze, deine alte. Alter, die habe ich noch verkauft, wo ich dann auch gedacht habe, ich probiere es mal. Meine Freundin meint schon, äh, das ist der letzte Matratze. Wie gesagt, ich konnte den Bezug abnehmen und den habe ich gekocht. Also schönen Topf mit Nudeln. Nein, in eine Waschmaschine gepackt. Ihre Matratze riecht nach Pasta. Sie riecht nach Pasta. Tschüss. Ja, deswegen habe ich ja den Schoner drauf, weil das halt ein bisschen einfacher ist, als den Matratzenbezug jedes Mal abzunehmen. Den Schoner kannst du ja einfach easy machen. Wenn du es überhaupt abnehmen kannst. Meine vorige Matratze, da war nichts mit abnehmen. Und, äh, ja, und dann habe ich das halt, äh, gewaschen, das Ding. Sah aber definitiv nicht mehr frisch aus. Aber ich habe die Fotos jetzt auch nicht großartig verändert. Ich habe die echt so gelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle es einfach komplett rein. Und dann haben die das Ding halt auch... Vollgefurzte Matratze mit dubiosen weißen Flecken im Lendenbereich. VB 10 Euro. Und dann kam jemand und hat die dann abgeholt. Und dann, äh, habe ich halt auch mitgeholfen, das ganze Gerüst und alles da zu schleppen. Und dann, äh, meinte ich, ja, und die Matratze? Und dann gibt er, ach, ja. Und dann habe ich die dann auch mit runtergeschleppt. Ich sagte, ey, du kannst sagen, nein, du musst nicht, aber du hast es so, wie es drin ist. Ja, so ein Bett verstehe ich ja. Ich habe mein altes Bett, habe ich auch eBay-Kleinanzeige einfach zum Verschenken reingestellt, weil ich jetzt einfach nur schnell loswerden wollte. Das Lattenbrett, da war sogar ein Brett halt gebrochen. Und da habe ich halt einfach, wie heißt das, äh, einen Flachwinkel? Ja. Ja, habe ich einen Flachwinkel draufgepackt und den halt mit Schrauben. Und da habe ich einen separaten... Flachverbinder. Flachverbinder. Habe ich halt einen, ja, Flachwinkel, der klingt auch... Und sagt hier nicht, dass ihr nichts lernt hier in dem Podcast. Oh, der habe ich halt draufgepackt und dann hielt halt auch. Und das habe ich aber als Foto separat nochmal reingepackt, dass man weiß, das Ding ist kaputt. Weil das biegt sich natürlich ein bisschen. Und das haben die halt auch einfach so. Natürlich vielleicht dann irgendwie weggeschmissen, aber da habe ich auch gedacht, also das kannst du, das ist echt... Es waren zwei und eins kannst du bei IKEA halt für fünf Euro holen neu. Und das ist dann schon, glaube ich, ganz geil, weil das, vor allen Dingen, wenn du halt einen Kaltschaum hast, die nicht dick ist und du merkst dann halt, wie es nach unten drückt. Und naja, gut. Ich habe... Was für eine Breite hast du? 1,40. 1,40. Das ist doch eine Standardbreite, die man sich irgendwann so als Single holt, ne? Ja. Also beziehungsweise Single-Haushalt. Ja, ja, ja. Wo du halt immer noch zu zweit drin schlafen kannst, ja noch Schlafgewohnheit. Ja, ich finde 1,40 zu zweit schon ziemlich hart. Ich finde es in Ordnung. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Schatz. Also wir hatten auch nie Probleme. Ja, selbst auf der Luftmatratze. Ja, ich meine, das sagt der Typ, der halt auf dem Stuhl einpennt und sich die Waden abklemmt und die Fußknöchle irgendwie unter... Was soll ich sagen? Klaus kann immer schlafen. Ja, das ist echt schmal. Dass du hier nicht deine Wohnung vermietest, du brauchst dann nix. Du bist eigentlich viel Bänder, der im Schrank schläft. Ich habe auch mal in der Kammer gepennt. Könnte ich auch mal wieder Filme machen. Ja, wahrscheinlich im Stehen. Mit dem Peter daneben immer... Und dann hast du mit Frühstück schon gewartet. Peter, bist du wach? Dann hast du mir gedacht, okay, ich warte noch. Hartgelenk tut schon ein bisschen weh. Halt die Frasche. Genau, der Trend geht auch tatsächlich... Also das Bett... Zur Zweitküche. Mehr Design-Element. Und ich habe meins ja auch deswegen selber gebaut, weil ich halt eins haben wollte, was ein bisschen höher ist, dass ich dann wirklich richtig viel Scheiß drunter verstauen kann. Stimmt, man kann einen lockern Sarg drunter schieben bei dir. Ja, ja. Aber warum wolltest du zwei Kisten Bier übereinander gestapelt drunter schieben? Ist das zu viel verlangt? Aber insgesamt könntest du doch dann locker... Ich würde mal jetzt tippen, zehn Kisten Bier darunter... Nee, zwanzig Kisten Bier darunter schieben? Ja. Na, aber auf der einen Seite... Das ist eine lange Bettparty. ...meine Klamotten unter... Muss man die Bettpfanne sehen. Mein ganzer Bettwäscher und der ganze Scheiß liegt halt einfach bequem in großen, hohen Kisten unterm Bett. Hohen Kisten. Ich will immer nur noch seine... Fand ich jetzt doof. Gebe ich Ihnen ein... Verhältliches... Und Obi... At Obi. ...hat jetzt... Es ist noch nicht Ostern. Was sagst du? ...hat jetzt auf der Website immer irgendwelche... Da stinkt die Hose. ...welche Baupläne für Selbstbaumöbel, die du halt mit den Sachen aus dem Obi-Baumarkt bauen kannst. Und da sind halt auch ganz viele Betten dabei. Also halt, wie du es einfach machen kannst mit Anleitung. Und auch so, wo ich sage, so ja, echt ganz hübsch. Du hast dann mal irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst eingeben, wie breit deine Matratze ist. Willst du halt so ein Himmelbett haben mit so einem Gestell? Himmel im Haar. Himmlerbett. Ich habe jetzt Pimmelbett gedacht, okay. Nee, und auch wirklich dann mit so einem Bücherregal vorne am Bett und so. Also es scheint attraktiv genug geworden zu sein. Es gibt ja auch tausend... Es gibt ja auch tausend Tutorials irgendwie im Netz, sich da halt so Bett selber zusammenzuschrauben. Von einfach bis komplex. Was ich ganz geil finde, was ich gesehen habe, nach alter Manier so ein einfaches Holzbett, aber komplett zum Stecken. Also da wurde halt dann richtig auf Maß gesägt und geschliffen. Aber als es dann einmal fertig war, ich meine, das ist natürlich eh die Sache, wie oft zieht man um oder baut man aus oder sonst was. Aber das war dann halt Gummihammer und beziehungsweise flache Hand und dann konntest du das Ding komplett zusammenstecken und dann auseinander halt, wenn du es einmal nummeriert hast oder so, dann das fand ich irgendwie ganz geil. Wenn du so ein einfaches System, finde ich eh geil. Also alte, also ist jetzt nicht für mich generell, sondern diese Bauweise, wie die alten Bauernschränke, die einfach nur zusammensteckbar sind. Das ist halt... Oder was ich krass finde, immer diese japanische Handwerkskunst, wenn du da halt dann irgendwelche japanischen Tischler siehst, die dann echt ganz komplexe Tischvarianten haben und dann das alles zum Stecken ist. Du hast halt echt alles steckbar und dann... Aber so feine ist ja nicht mehr Nut und Feder, sondern halt so ein geiles, ich sag mal, Kuppel- und Steckersystem. Das ist der feinste Lego-Art irgendwie. Nee, ich finde halt auch... Also ich meine, es gibt auch so eine Firma, die jetzt immer mehr inseriert, die so Pappmöbel herstellt, die du einfach diesen zusammengefalten, die ziehst du dann einfach raus und das kannst du beim Bett auch machen. Das ist dann wie eine Ziehharmonika, auf der du schläfst und der Druck verteilt sich dann. Also wer wirklich oft umzieht, kann halt das. Und ein Tuch oder eine Decke und das sieht halt aus wie... Ja, genau. Ich frage mich, ob das echt dauerhaft. Also generell finde ich das geil, aber ich habe auch diese Ziehhsofa oder beziehungsweise das ist halt langs Sofa und dann kannst du halt einmal im Kreis sein, hast du wie so ein Wetten-Das-Sofa. Aber ich frage mich halt, weil du ja gerne an ähnlichen Positionen, aber du darfst ja halt nicht... Also ich habe mich gefragt, wenn du liegst und dann nicht drehst und im Ellbogen aus Versehen die Pappe eindrückst oder so. Ich dachte, du legst schon eine Matratze drauf. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, wenn du auf dem Sofa hast, du sagst, es ist hart und ich habe nur eine Decke drauf oder so. Aber eine Matratze wäre natürlich... Aber wenn ich jetzt nur eine Decke drauf packen würde, dann wäre schon die Gefahr sehr groß, dass ich halt einfach... Oder du stehst mal auf oder du kniest auf dem Sofa oder machst halt irgendwas, nutzt halt das Sofa ganz normal und immer wenn du einen harten Druckpunkt, einen kleinen, harten Druckpunkt hervorrufst, dann ist die Pappe doch da durch. Und dann ist doch die Gefahr, dass es komplett unter dem Fas hat. Ich glaube, so schnell geht es nicht, aber... Ich meine, oder du machst eine Feier, was bei uns ja mal das eine oder andere Mal passiert, wenn Golf du lädst und dann... Golf du lädst, genau. Okay, du lädst es ja dann auch. Und dann halt ein Bier ausgegossen wird und dann das Sofa an einer Seite dann plötzlich verschwindet. Es wird so ein bisschen modrig, während du sitzt. Obwohl Dr. Ranjit sagt ja auch beim stabilen Sofa einfach mal ab. Wie geil. Das auch, es gibt halt auch so ein sehr einfaches, einfach nur Steckbett aus Europaletten, wo du halt nichts verschrauben musst. Das Problem ist nur, du brauchst dafür irgendwie unten sechs, glaube ich, und dann nochmal oben acht oder sieben. Und das ist halt eigentlich ganz geil, weil du hast halt so eine Landschaft, also du hast halt zwei Etagen aus Paletten. Ja. Und du hast dann halt immer so einen Tritt auf beiden Seiten der Matratze und am Kopfstück gehen die Dinger halt weiter raus. Dann hast du halt quasi so eine Ablage für die Nacht und dann hast du halt noch ein Kopfteil aus zwei Paletten. Das Problem ist halt, du brauchst halt wirklich dann irgendwie so zehn, zwölf saubere Europaletten dafür. Also das ist halt die Kaufzeilen, ja. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja nicht teuer, aber die anliefern zu lassen, dann wird es halt schon irgendwie eine teurere Angelegenheit. Wie teuer kostet denn normal? Ich glaube, zwölf Euro oder so. Zwölf bis 15 Euro, je nach... Versand kostet ja bestimmt 15 Euro oder so. Ja, genau. Die werden nach Tagespreis gehandelt. Ich glaube, wenn du so zehn oder zwölf bestellst, bist du schnell über 100 dabei. Also dann ist halt auch nicht so günstig und du musst die alle noch behandeln. Also schleifen musst du dir auf jeden Fall. Die Wahl hast du ja nicht, die sind ja sehr gerau. Und dann mindestens irgendwie ölen oder lackieren. Ich meine, okay, kannst du es natürlich auch naturbelassen lassen und sagst, naja, wenn du guckst, wie das altert, wenn ein Fleck drauf ist, dann kommt er da rein. Aber ich meine, das ist halt dann doch ein teurer Spaß und nimmt halt extrem viel Platz weg und du kannst halt da drunter nichts lagern, weil Europaletten ja nur die Einschübe haben. Ansonsten war eigentlich ein ganz schöner Look. Kannst halt hinten so ein paar Lichterketten oder so einfädeln, dann hast du halt so ein indirektes Licht von hinten. Ja. Kann ich, ne, also wenn ja wer viel Platz hat, kann das ja durchaus mal an der Welt ziehen. Was man natürlich machen kann, ist die Paletten, dann muss man es mit Flachverbindern schrauben, die nicht quasi mit von, also die untere Seite liegt mit der Oberseite offen und dann legt man die so. Da hat man halt eine größere Zwischenräume dazwischen. Das quasi die beiden Unterseiten aufeinander drücken, aber dann ist die Stabilität dann nicht mehr so die, also ich würde es dann mit Flachverbindern verschrauben. Da wird ja auch ganz gerne mal so Schubladensysteme dann eingebaut. Ja, aber die sind ja dann auch entsprechend teuer, wenn du die... Beziehungsweise habe ich gesehen, weil die ja einheitlich sind, gibt es schon fertige Schubladen für Paletten. Ja, genau, genau, aber die sind halt entsprechend teuer. So wie du ja auch hier deine fertigen Matratzen oder was sind das? Genau, die fertigen Sofakissen, ja. Sofakissen, ja. Ja, klar, ich meine, aber es bauen halt so viele Leute irgendwas aus Europaletten. Natürlich ist da halt so eine ganze Sub-Industrie. Du sitzt ja auf deinem Europaletten-Möbel gerade. Ich sitze, ich habe meine Füße auf einer Europalette. Ja. Wahnsinn. Ja, was hast du denn, hast du eine bestimmte Decke? Weil da gibt es die halt dann auch irgendwie... Ich nenne sie Carol. Die, weiß nicht, Viskosedecke, Down-Decke, halt irgendwie was. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Anti-Allergiker. Nee, ich habe schon keine Down-Decke. Hast du eine Jahresdecke? Hast du eine Jahreszeitendecke? Ich habe eine dicke Decke für den Winter tatsächlich und eine dünnere für den Sommer, also für die leichteren Tage. Und wenn es halt ganz heiß ist, dann nehme ich einfach einen Laken oder einen Bettbezug. Hast du ein Foto? Ich sage mal so. Guck dir mal. Öliger-Räuber-Lümmel.de Was machst du denn da? Ich versuche irgendein Foto. Nein, das war jetzt auch nur ein Schatz. Guck dir mal dieses Foto hier an. Ich hoffe, es ist ein Finger. Ja, es ist ein Finger wahrscheinlich. Es ist jetzt gerade nicht spannend für die armen Nüsschen, die da am anderen Ende sind. Die armen Nüsse, denkt denn niemand an die Nüsse? Es gibt ja auch diese Sommerdecken, die du mit Druckknöpfen zusammenklippst und hast dann halt eine dicke Winterdecke und so. Also sowas habe ich tatsächlich auch. Nur ich finde, die eine Seite davon ist schon so warm, da würde ich die noch zusammenheften, mit der anderen Seite würde ich sterben. Also was überhaupt nicht bei mir geht, da habe ich gemerkt, so Down-Decken, die sind relativ schnell einfach. Brutal warm. Also auch im Winter dauert es halt ein bisschen länger. Wenn dann halt einfach deine Körperwärme, also das Restliche dann so anwärmt, dann ist bei mir alles so warm. Aber ich penne ja eh nicht so mit irgendwie viel Klamotten oder irgendwas. Und dann, na ja. Ja, Kopfkissen ist auch noch ein ganz heißes Thema. Also Decke ist ja echt nicht so stark. Ich habe jetzt übrigens, weil mein Orthopäde mir es empfohlen hat, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, ein Seitenschläferkissen beziehungsweise Seitenschläfer und Seitenschläfer, ich bin Seitenschläfer und Seitenkippschläfer. Seitenschläfer? Ja, Seitenschläfer ist eigentlich, wenn du entweder die Beine lang oder leicht anwinkelst und Seitenschläfer macht dann gerne ein Bein und diesen hier. Der liegt in einer stabilen Seitenlage für alle Zuhörer. Und das ist der Seitenschläfer, wurde mir dann erzählt. Und da gibt es dann verschiedene Kissen. Aber was ich geholt habe, ist halt auch nur für den Kopf. Aber das Richtige, Seitenschläferkissen, hat mir mein Physiotherapeut gesagt, ist eigentlich diese lange Wurst, die auch als Stillkissen, glaube ich, oder Schwangerschaftskissen beschrieben wird. Weil du dann ja sehr belastend auf dem Rücken, wenn du gerade auf dem Rücken liegst und auf dem Bauch geht dann halt wohl gar nicht oder schwer und dann schläfst du halt immer auf der Seite und so kannst du halt den Bauch ein bisschen auf dem Kissen ablegen, weil der Bauch natürlich nicht abschließt mit der Hüfte quasi so, sondern ist ja mittig. Und dann hast du halt das Kissen, das halt von Kopf bis Körper runter geht. Und du dann halt, das meint mein Physiotherapeut, das Wichtig ist, wenn du seitenschläfer bist, dass du das Knie nämlich auf ähnlicher Höhe wie den Kopf lagerst. Weil sonst hast du immer diese eingedrehte Hüfte und das würde sich nach oben drehen und das verursacht die Nackenschmerzen. Und nicht, dass der Kopf falsch liegt, sondern dass der Körper so eingedreht ist. Dass wir dann immer so eine leichte Korkenzieherposition haben. Und das ist das Blöde, wenn du als Kippschläfer da liegst, was ich dann gerne habe. Deswegen, aber so eine Wurst wollte ich mir jetzt auch nicht einfach mal als Test so bestellen. Ach du, eine Bettwurst. Ja, eine Bettwurst gibt es ja auch. Das ist ja noch so ein älteres Modell. Aber halt diese Seitenschläferkissen, dieses große quasi auch dann still und Schwangerschaftskissen, was dann halt einfach so riesig ist und auch sehr, sehr schwer, da soll es ja total geil drin liegen. Aber weil du dann halt auch dieses, du umklammerst dann auch automatisch. Das gibt es ja auch die Leute, die dann nach vorne hin irgendwie ein Stück Stoff, Deckel, Teddy oder irgendwas umklammern müssen. Ich klammer, glaube ich, auch. Dirk nimmt gerade die Luft in den Bearhug. Genau. Da ist mir gerade eingefallen, als du das gesagt hast, es gibt da noch diese extra schweren Decken. Also auch teilweise. Da habe ich neulich was drüber geschrieben, über Gewichtsdecken. Ah, dann leg mal los. Gewichtsdecken. Die sollst du ungefähr auf 10% deines Körpergewichts, 10 bis 15% des Körpergewichts kaufen. Und die sind halt bei Kindern. 10 bis 15% des Körpergewichts soll das wiegen. Ja. Ja, bei mir fast. Ja, 12 bis 14 Kilo ist ganz normal für eine Gewichtsdecke. So weit sind wir noch nicht. Aber ich meine, du kannst dich halt auch mit 8 kaufen. 8 oder 10. Aber 8 oder 10 wäre dann so dein... Na, 9 Kilo müsst ihr dir dann schon locker haben. Wärst du überrascht? Aber 9 gibt es nicht flexibel auf deinem Körpergewicht, sondern schon im Standardgewichtskassen. Ich hasse Gewichtsdecken! Und bei Kindern werden die wohl eingesetzt, um ADHS zu behandeln. Also ich dachte, um sie einfach mal still zu haben. Du wirfst einfach die Decke über ihren Kopf und dann schlafen sie ein. Der kommt da nicht raus. Und die sorgt wohl für eine bessere Durchblutung. Du fühlst dich halt so quasi wie in einer Umarmung. Und das setzt im Körper Serotonin und Melatonin frei. Wodurch du schläfrig wirst und glücklich. Das klingt eigentlich wie so ein Vergiftungstod einer guten Droge. Es ist wohl auch nicht... Also es klingt halt immer so super schwer, aber letztendlich ist es halt so 2- bis 3-mal so schwer wie eine Bettdecke. Die werden auch als Therapiedecken verkauft, habe ich gesehen. Therapiedecken ist einer der Hersteller. Wie der Name heißt Therapiedecken? Ja, und die Stellengewichtsdecken, ja. Aber ich habe mir vorgestellt, wenn du die nutzt, dann pennst du doch eigentlich nur auf dem Rücken, oder? Dass ich schlafe zum Beispiel auf dem Bauch. Ja, oder so. Aber wenn du halt irgendwie Seitenschläfer bist, dann drückt dir das Ding doch die Schulter so runter, dass du morgens aufwachst und bist so quasi Modustyp. Wie gesagt, so schwer ist es halt. Es ist nicht so viel schwerer. Ich finde den Gedanken ein bisschen, die sind wohl auch super warm. Und da drin ist halt so ein ganz feiner Quarzsand, der sich extrem fein verteilt. Du kriegst aber auch mit anderen Naturfüllungen, wie irgendwelche Bohnen und Schrot. Das klingt ein bisschen wie, ich hatte früher immer ein paar Mal Fango-Packungen. Und dann so eine Ganzkörper-Fango-Packung. Das ist wahrscheinlich so eine Gewichtsdecke. Das ist für 15 Minuten ganz geil. Aber ich glaube, drin schlafen. Aber du bist schon weggepennt nach den 15 Minuten. Und traust dich nachts nicht aufzustehen, weil es zu schwer ist. Beziehungsweise würde ich so schwitzen, dass ich morgens wahrscheinlich rausflutschen würde. Wie so ein halb abgetauter Flutschfinger. Und immer so 10 Kilo verloren. Wie wäschst du denn? Also hast du dann so einen nassen Sack? Ich meine, nach einem Monat wäre das Ding noch bei mir... Du wäschst den Bezug. Ja, aber schweißt du, das zieht ja nicht in Bezug. Okay, hier stopp. Hier ist stopp, Freund. Sonst hätte meine Matratze noch gut ausgesehen. Ja, deswegen habe ich ja schon öfter gesagt, schlaf in Lack und Leder. Schön meinen Raumanzug wieder anziehen. Nee, aber ehrlich, das ist doch ekelig. Und die kannst du ja nicht in der Waschmaschine packen. Da freut sich die Trommel, aber wenn da Quarz halt reinfällt... Schon mal von Febrés gehört? Von was? Febrés. Andere Alternativen sind verfügbar. Nee, also... Auf der Seite war es das alles relativ wundersam beschrieben. Und ich habe auch ein paar Testberichte dazu gelesen und gesehen. Galileo hat auch mal einen ihrer krassen Testberichte darüber gemacht. Und Psychologen setzen das wohl tatsächlich bei Kindern ein, weil es halt wirklich einfach auf relativ natürliche Art und Weise die Hormone auslöst. Weil du halt wirklich dein Körper... Für deinen Körper ist das wie eine Umarmung und dadurch kommt es zur Hormonausschüttung und dadurch schläfst du halt ein. So, aber ich kann mir als Erwachsener nicht vorstellen, darunter zu schlafen, vor allem wenn es wärmer wird. Ja, das würde ich echt wissen wollen. Also ich meine, natürlich, das ist auch ausgeklügelt. Das ist ja natürlich nicht so ausgeklügelt, dass sie nur sagen, wir wollen was schwer haben. Sondern die haben mit Sicherheit auch daran gedacht, dass man sich da nicht totschützt. Also der Tester bei Galileo... Jumbo wahrscheinlich, die hat sie gegessen zum Schluss. Der meinte, die schmeckt ein bisschen sandig, aber... Noch elf Sterne. Ganz gut. Der Tester meinte auch, als er sich das erste Mal drunter gelegt hat, dachte er auch, es ist ganz schön warm. Aber das ist dann ziemlich schnell verschwunden, das Gefühl. Okay. Vielleicht nimmt der Quarzsand auch irgendwie so ein bisschen Wärme ab, dass es halt nicht so... Ja, also irgendwann sowas muss es ja sein. Oder dass halt dadurch, dass es nicht ganz so dicht gefüllt ist, also weil es ja nicht mit Schaum oder Daumen gefüllt ist, sondern halt wirklich Zwischenräume hast, zwischen diesen Schrotkörnern oder Bohnen, was auch immer da drin ist. Ich dachte, Quarzsand hast du gesagt. Ja, bei dem Hersteller. Also es gibt auch andere Hersteller. Das wird wahrscheinlich echt ganz kleine Taschen sein. Ja, genau. Sonst hast du so, oben ist nichts und runter hast du so Sandhaut. Das ist wärmer, ziemlich lustig. Ja, so wie die alten Daunendecken, dass du halt dann irgendwie nach einem Jahr hast du immer so einen Klumpen am Fußende gehabt. Ich hasse diese Scheibe. Ich hasse jetzt schon jeden Tag auf, bevor du schlafen gehst und jeden Morgen wieder die gleiche. Klaus Holle. Ja. Was ich ja auch gehört habe, das große Thema ist zum Beispiel Liebscher und Brecht. Ich glaube, das habe ich, oder Brecht, egal. Dieser Seite, der sogenannte Schmerzspezialist, oder die Schmerzspezialisten nennen sie sich, glaube ich. Irgendwann ging es mal um die Favorite-YouTube-Seiten bei uns. Und das war so nicht ein Physiotherapeut. Ah, ist das dieser Physiotherapeut, der immer so Dehnübungen zeigt mit einer alten Frau? Ja, genau. Also ist jetzt kein Physiotherapeut, aber... Okay, aber er sieht aus wie einer. Ja, genau. Und der ist, er hat eine krasse Community und macht halt immer so Monster-Events, wo halt dann 10.000 Leute kommen, macht jeden Sonntag irgendwie so eine Live-Dehn-Action. Wenn man die Regel nicht macht, also ein paar Sachen haben wir echt schon in echt was gebracht, faszinierende Weise, immer einfache Übungen. Der hat auch irgendwie jahrzehntelang, ich glaube, Kung-Fu gemacht. Da merkt man halt auch manche Dehnübungen, oder generell, die ist auf den Knien sitzen ganz oft. Man meint von Dingen immer, ah, Knie sperrt es. Ja, du kommst nie in die Dehnung und dann plötzlich joggst du mal und sagst, aua, hat das nichts mit deinem Gelenk zu tun, sondern halt, naja. Und der meinte, man sollte sich daran gewöhnen oder dem Kissen entwöhnen. Er meint eine gute Tendenz, eher mittelhart bis harte Matratze und kein Kopfkissen. Und es ist halt, wenn du dich ans Rücken schlafen gewöhnen kannst, wäre es das Beste, weil es dann halt irgendwie, weil am meisten baut sich halt immer Spannung im Schulter- und Nackenbereich auf und das würde dann halt nach und nach sich lösen. Weil ich immer denke, wenn ich halt einfach nur gerade liege, überstreckt sich mein Kopf immer so, dass ich relativ schnell das Gefühl habe, meine Zunge kippt da hinten, der Mund geht auf, der Rachen trocknet aus und nach zehn Minuten liegt Dirk da. Aber deine Rückenschmerzen sind weg. So, ich habe keine, aber dann hätte ich endlich mal, dann kann ich morgens meinen Kehlkopf raushusten. Ich habe mal gehört, das Beste ist wohl auf dem Rücken und auf der linken Seite abwechselnd nachts. Ich habe gerade gedacht, wie machen wir das zusammen? Aber immer die linke Seite. Ja, weil das Herz dann nicht so. Tatsächlich, ja. Aber wäre es nicht auf der rechten Seite besser, weil das Herz entlastet wird, dann fließt das ganze Blut von der rechten Seite runter. Vielleicht war es auch Rücken und rechte Seite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, auf dem Bauch ist natürlich, da kannst du halt kein Kissen, kein großes Kissen nehmen. Seite, Seite oder Seite, Kipp? Das weiß ich nicht mehr. Und weißt du, was seitlich auch, wenn du zum Beispiel auf der linken Seite jetzt liegst, was mir auch ein Arzt gesagt hat, wenn du halt Schmerzen im Nacken hast, dass du das sogar ein bisschen lassen kannst, indem du nicht deine linke Seite legst, nicht deinen Arm, deinen rechten Arm nach vorne nimmst, sondern dein rechten Arm muss mindestens über die Mitte nach hinten sein. Am besten hinten runter baumeln und somit kannst du echt deinen Nackenbereich entspannen. Ich hatte das als richtig geschmerzhaft mal gemacht. Ich habe gesagt, ja, wenn ich es bewusst mache, merke ich das, aber beim Einschlafen habe ich gesagt, ja, der Körper denkt sich jetzt, okay, legen wir auf der Seite oder willst du auf dem Rücken, weil du rollst gerade fast zurück. Und dann musst du halt mit einer gewissen Körperspannung immer gegenhalten. Und dann sobald du loslässt, bleibst du so, also ich habe gedacht, so ein Schwachsinn. Übrigens apropos, weil du noch YouTuber gesagt hast und wir über Einschlafen reden, Detlef Römisch kann ich nur empfehlen. Habe ich dir schon mal privat empfohlen? Ja. Detlef Römisch, der Pflanzen-YouTuber. Das ist ein älterer, grüner Daumen-Typ. Älterer Jenny, der hat auch tatsächlich Gärtner gelernt in der Baumschule. Deswegen hast du jetzt die ganzen Pflanzen, weil du Detlef Römisch gehört hast. Ein unglaublicher Blödsinn auf YouTube. Unglaublich lame gemacht, aber halt so. Der ist halt so, ja, dann machen wir das so. Machen wir das jetzt. Nee, das machen wir auch schon später. Ach, egal. Nicht lang lachen, einfach machen. Und dann macht er. Nicht lang lachen, einfach machen. Der quatscht halt wirklich. da, wo halt so diese ganzen, es gibt von Lindsay alles so ein Analyse-Video über YouTuber und diese Fake-Authentizität, die die vertreten müssen. Aber der hat es halt wirklich, weil der halt einfach echt so ist und macht das halt alles irgendwie selber und zeigt halt dann, wie man irgendwelche Pflanzen zum Bonsai anzüchtet. Also das ist halt so der, der Hook seines Kanals. Draht umwickeln und schneiden und trimmen. Ja, das ist nicht ganz so leicht. Das ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Und die müssen halt... Ich meine Bugsbaum versucht zu trimmen. Du musst auch die Wurzeln entwickeln. Das ist halt auch noch so was. Ja, aber kann man super bei einpennen, weil das so belanglos ist und jede Folge ist gleich. Da sprichst du ja schon wieder was an. Also viele pennen ja mit Gesabbelgeräuschen. Es gibt tausende von Einschlaf-Apps, wo du halt verschiedene Geräusche, welche ich verstehe, welche die voll funktionieren bei mir. Also sowas wie... Furzen. So, wenn du rhythmisch furzt, manchmal in den Innenhof, dann frage ich mich, macht das für mich? Oder ist das der Zufall? Manchmal. Naja, und was ganz gut funktioniert bei mir, ist dann halt Gewitter. Was ich total gruselig finde, es gibt so Sachen wie Staubsaugergeräusche, Föngeräusche. Der alte Wayne Rooney. Wayne Rooney hat wohl mal, weil der konnte ohne den Industrielärm von Manchester nicht einschlafen, hat einen laufenden Föhn ins Badezimmer gelegt. Wie heißt nochmal Libik Lybowski? Jeff Bridges. Ja, der hat so eine lustige Seite unterstützt, wo Jeff Bridges nachts rausgegangen ist in seinem Haus und hat halt einfach mit Tonangel, wie so ein Tonassistent, bloß sehr dilettantisch, alle Geräusche, die er so gefunden hat, aufgenommen und dabei a la Jeff Bridges dann noch gesabbelt. Und das ist halt krass, wie... Oh, das ist so... Beautiful. Das ist so... Danke, you're a cricket. Also wie... Aber das ist wirklich wie Einschläfern, wie entspannt das klingt. Der irgendwann spült da seine Toilette und man hat so... Great, great flash here. Und denkst... Krass. ADSR heißt das, glaube ich. Dieser Trend, der auf YouTube halt so gerade so groß ist, irgendwelche komischen Geräusche. Du kannst halt irgendwelche Geräusche hören. Ja. Das ist wohl richtig durch die Decke gegangen, das ist einer großen Trends des letzten Jahres. Was ich krass finde, was ich auch gehört habe, was wiederum bei mir funktioniert, obwohl es total künstlich ist, Aufzug fahren. Also bestimmte Aufzuggeräusche und du hörst immer... Also dir die einzelnen Etagen so vorbeifluppt. Also keine Bing und Öffnungen, sondern nur das Vorbeifahren. Da dachte ich, krass. Weil es halt einfach dieser Rhythmus ist. Das leichte... Irgendwas fliegt da dann vorbei. Was ich schön, aber auch ein bisschen kribbelig finde, ist halt Katzenschnurren, weil wenn du das halt einfach in so einer Endlschleife bist dann schon und denkst, okay, jetzt klingt die ein bisschen erkältet, krank oder ich weiß nicht, es ist halt so laut oder... Naja. Apropos, Netflix-Empfehlungen, Love, Death and Robots. Kann man gut bei einschlafen. Das sind alles Kurzfilme. Also so ein bisschen im Stile von Black Mirror, jeder ist für sich abgeschlossen. Britisch oder? Weltweit. Also viele Amerikanische sind dabei, einer, wo ich gesagt hätte, eher Französisch, ein paar Asiatische. Aber jeder für sich abgeschlossen, halt wirklich Kurzfilme, also halt so sieben bis zwanzig Minuten. Aber wahrscheinlich alles prämierte Filme, ne? Ich weiß nicht, ob Netflix ein bisschen ominös, ob Netflix die einen Auftrag gegeben hat oder ob Netflix die thematisch kuratiert hat. Okay. Also so ganz offen reden, weiß ich nicht, ist es... Möchtest du nicht darüber nachdenken? Nein, nein, es ist halt ein bisschen schwierig, ob sie halt Leute angesprochen haben und ihnen das als Thema gegeben haben. Super unangenehm. Oder ob sie dann halt nachträglich die Dinger finanziert haben. Aber Love, Death and Robots, dann gibt es halt auch eine Folge mit Katzen. Oh. Deswegen komme ich darauf. Okay. Hörst du irgendwas zum Einschlafen oder hast du was gehört? Ich habe mal ein bisschen Podcasts gehört, teilweise im Sommer, vor allem, wenn ich nicht einschlafen konnte, weil es so heiß war. Ja, Jahreszeiten. Was machst du denn in verschiedenen Jahreszeiten? Im Winter kannst du pennen? Ja, im Sommer schwieriger. Hast du wieder deine nasse Levis an und eine gefrorene Saskia neben dir? Ja, was bleibt mir anderes übrig? So ein Kühlakku neben mir. Aber gabelt da dann nicht die Matratze richtig schnell weg? Ich kriege ein Handtuch drunter. Ja, genau. Ein Handtuch hält ja ein komplett durchgesiffter Fritz-Klaus auf. Wieso überdenkst, was halt so Schweiß und Wasser und sonst was ist. Sofort. Ja, ich habe ja... In meinem Haus gibt es keine Osmose. Alle ungebildeten Osmoses, Diffusionen durch eine semipermeable Membran. Das hast du, glaube ich, schon dreimal erzählt. Ja, ich habe jahrelang als Kind immer Hörspiele gehüllt. Mache ich jetzt auch ab und zu noch. Ich kann fast die erste Staffel von den Simpsons mitsprechen, weil damals hat Carousel gerne ja immer irgendwelche Serien, sowas als Hörspiele rausgebracht, indem sie eins zu eins die Synchro-Version auf Band gepackt haben. Und falls irgendwas unerklärlich ist, weil man das Bild nicht sah, kam eine kurze Bespreche, die gesagt hat, Alf ging durch die Küche ins Wohnzimmer und machte es sich gemütlich. Doch Willi fand das nicht so schön. Alf, was machst du hier? So, und dann hast du halt... Aus der berühmten Simpsons-Alf-Crossover-Folge. Ja, weil Alf habe ich auch alle immer gehört. Ja, aber das... Und dann nie zu Ende. Dass du auch manchmal Folgen ohne Ende anhörst und denkst dir irgendwann, jetzt muss ich mal weitergehen. Weil den Anfang kannst du schon mitsprechen und das Perfekt-Timing alles. Ja. Ja, sonst... Ich habe ja keine Matratze, oder ich habe halt keine Standardmatratze. Ich habe ja ein Futon, das heißt mehrere dicke Baumwolllagen übereinander wurden Hand gewebt, geknüpft, geklöppelt. Ich weiß es nicht. 1,60 ist meine Matratze. Ordentlich breit, 30 Kilo schwer und sie muss, weil es halt ein Futon ist, jeden Tag eingerollt werden, sonst kann der Futon nicht atmen. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn er halt einfach flach auf dem Boden liegt und da dann nicht halt bei mir einfach auf dem Boden liegt und ich den eingerollt immer auf dem Schrank stelle, ist meine morgendliche Übung immer, dass ich halt so 30 Kilo so in so einer monstergroßen Rolle, als wenn ich halt echt einen toten, erwachsenen Mann in den Teppich gewickelt habe, so hochstemme und dann halt auf meinen Schrank stelle. Müsste ein ziemlich leichter Mann sein, habe ich gerade gedacht. Aber die Größe würde passen. Und das halt abends manchmal wird, wenn ich das so vergesse und dann halt so schlaftrunken dann halt an meinem Schrank oben ziehe und mir dann so 30 Kilo in so einer riesen Rolle so auf dem Arm fallen. Du schläfst also gerne auch mal unter dem Futon. Ja, manchmal schon. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft mache, aber das habe ich jetzt bald ein Jahr. Also im Sommer müsste es ein Jahr sein. Aber es ist, ich habe noch nicht das richtige Kissen, weil ich ja Seitenschläfer bin und du mit der Schulter ja als Seitenschläfer enorm reinbohrst und normale Matratzen, da sinkst du ja ein ordentlich immer tief ein mit dem Oberkörper, was halt beim Futon dann nicht der Fall ist und dann klappt man nach hinten und nach vorne weg und dann ist das Kissen. Ja, jetzt habe ich mir ja, wie gesagt, so ein teures, echt teures Seitenschläfer als für meine Verhältnisse. Teuer. Hat 60 Euro gekostet. Fand ich teuer. Sonst hatte ich halt immer so einen Sack mit Dinkelspelzen und das, also die Hügel des Kerns. Also auf einem Brot hast du geschlafen? Bitte? Du hast auf einem Brot geschlafen. Nein, nein, Brot, da brauchst du ja halt schon den Kern. Und da, wo der Kern drin liegt, da drumherum, das sind die Spelzen. Und diese getrockneten, gewaschenen Dinger liegen in den, in dem Sack und das formt dann ja halt auch mal schön den Kopf nach. Bloß wenn du halt dann so flach auf so einen harten Untergrund liegst, dann muss das ja höher sein, weil sonst knickt gerne der Kopf weg. Und was ich jetzt ganz neu habe, was auch total helfen soll, also da penne ich hier wirklich super schnell weg. Pornos gucken. Bitte was? Pornos gucken. Das und eine, wie heißt das, eine Kopfhängematte. Die hast du dir gekauft? Ja. Und? Weil das halt die gleiche Bewegung ist, beziehungsweise eigentlich... Wo hängst du die auf? An der Tür. Also vor dem Schlafen machst du das? Ja, nee, die ist nicht zum Schlafen da. Ach so. Die ist zum, dass die Halswirbelsäule und Nacken sich entspannen. Du sollst auch nicht lange machen, also manchmal pengt man weg, aber es gibt halt so einen leichten Zug. Also du sollst hier nicht einfach nur den Kopf reinhängen, sondern der Kopf so leicht nach oben, so ich mal zur Kopfspitze, weggezogen werden. Das ist das Gleiche, was halt der Physiotherapeut mit mir auch immer gemacht hat, wenn er halt nicht mehr eingerengt hat, dass er halt dann hinten im Atlas-Knochenbereich dann halt den Kopf gehoben hat und dann leicht nach hinten gezogen hat. Somit ist der Zug nicht so, sondern geht halt so leichter Winkel nach oben. Und dann musst du halt das, ja, dann musst du den richtigen Winkel suchen. Am Anfang habe ich natürlich erst mal gedacht, oh, ich will da richtig Zug drauf. Da habe ich mich reingehängt und dachte, ah, zu viel, zu viel. Als ob richtig jemand dir den Kopf rauszieht. Und da ich so einen schweren Kopf habe, ist das echt komisch, bis du halt vom Nacken her dich wirklich muskulär löst. Dass ich immer denke, ich halte das noch, ich halte das noch. Und der Kopf liegt dann halt nicht starr in so einer Schlaufe, sondern das ist halt ein Gummiband quasi. Und somit am Anfang ist es halt so, dass du so frei mit dem Kopf so wabbelst. Und das ist halt total komisch. Also bei mir will der Kopf immer noch gehalten werden. Ich habe gemerkt, ich immer so, weil ich das nicht so vertraut habe. Und dann irgendwann liegst du halt drin und das ist dann auch so, so was du vorhin beschrieben hast, so eine Teilumarmung. Also nur der Kopf wird halt komplett so festgehalten und du kannst halt loslassen. Und wenn ich den Moment geschafft habe, dass ich wirklich loslasse, dann ist das halt deswegen, oh Gott, das ist geil. Aber bis dahin ist es auch so, das soll halt auch sehr, sehr förderlich sein. Also vorhin ist mir das passiert, dass ich nur kurz weggepennt bin. Aber das soll generell, weil die Durchblütung, also das Ganze gestaucht über den Tag halt löst sich dann. Und vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie Nackenschmerzen hast, lange am Rechner sitzt oder irgendwie so, Spaß, dann kann das sehr befreiend wirken beziehungsweise hole ich, beziehungsweise wir uns ja immer die Nackenschmerzen von anderen dummen Scheiß. Und ja, ich habe mir die jetzt einfach mal gegönnt. Ja. Wollte ich mir jetzt mal, also hätte ich ja sonst nichts. So. Ja, also jetzt zwei Sachen, das stimmt, zwei finde ich mir angehöhnt. Aber ich bin halt immer noch auf der Suche. Es ist jetzt nicht so sehr, geht das auf jeden Fall. Ich bin immer so begeistert, wenn halt Leute genau solche, ja, solche Sachen, das ist das Letzte jetzt, solche Sachen sich, solche Sachen sich holen und dann in der Rezension schreiben, geholt, ausprobiert, der Hammer, hab noch nie so gut gepennt, oder sowas, bin ich immer total neidisch. Ja gut, wahrscheinlich gekaufte Rezensionen, die schlafen von den sechs Euro, die sie dafür bekommen haben. Ja gut, du kennst sie ja aus, was du erzählt hast, das kaufen. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen psychologisch abhängig, du kannst ja die ganzen Betten und den ganzen Scheiß haben, aber, weiß ich nicht, wenn nebenan ein Massenmörder wohnt, dann pennst du trotzdem nicht so gut. Wer weiß. Oder wenn du jetzt hier immer deine Sektpartys demnächst, nee, Champagnersecks, das ist glaube ich da verboten. Ich hoffe ja, aber das müsste ja dann hier auf der Seite sein. Das ist nach dahin halt, oder was? Ja. Also das ist in dem Innenhof, diese Monsterpartyfläche, die ist vorne als auch hinten hier offen. Hier offen? Ja. Ich meine, ich schätze mal aber nach dahin, so wie es aussieht, kommt da halt die Grill Area hin. Ja. Weil der wird mit Sicherheit mehrere große Steamer und Griller und alles haben. Die Frage ist halt, wenn du halt für drei Millionen so exquisite Gäste hast, möchtest du die wirklich hier reinführen in den Innenhof? Habe ich auch gedacht, egal wo der Blick, das kannst du nur verkaufen als so ein Abenteuer. Du sagst von wegen, okay, ihr geht zwar durch so eine richtige Fixerhölle, so ein richtiges Dreckloch, aber dann seid ihr bei mir. Oder ich weiß nicht. Oder du legst, das ist eine Überraschung, wo das ist, und legst ihr eine Augenbinde um und führst sie alle an der Schulter hier in den Augen. Der Geruch ist aber ein bisschen streng. Das ist Teil des Abenteuers. Das ist der Geruch der Magie. Lulu und Magie. Das klingt wie so ein Kinderzauberer. Mit so einem Raben, der so leicht kränkelt und immer auf der Schulter sitzt. Lulu und Magie. Heute Kekse. Lulu und Magie, das Abenteuer der goldenen Dusche. Ja, das ist... Was glaubst du, kurz zusammengefasst, was sind die Punkte, dass man gut schläft? Kauft euch eine harte Matratze, fallt nicht auf die Lattenrost-Lobby rein und treibt Sport. So. Ja, schön auslaugen. Dirk, deine drei top Schlafhacks. Ja, hart ist auf jeden Fall super. Also das werde ich beibehalten. Egal, Boden oder Futur. Penis. Oder Penis. Ausgelaugt ist auf jeden Fall immer geil. Penis. Penis. Auch Penis. Und was ich in letzter Zeit ab und zu gemerkt habe, was richtig scheiße ist, wenn du... FDP wählen. Ja, ist mir jetzt noch nicht so passiert, aber wenn du... Passiert ja manchmal. Dass man denkt, Mensch, eigentlich bin ich doch neoliberal. Aber wenn man hungrig im Bett ist, das ist auch scheiße. Aber frisch was gegessen? Genau, vollstopfen, also vollgestopfter Magen, da bin ich wie Ebenezer Scrooge, da kriege ich Albträume. Aber ich muss irgendwie noch so ein bisschen Restmampfe im Bauch haben. Wenn ich merke, so leicht knurrig, manchmal trinke ich einfach nur Wasser und denke, scheiße, aber da musst du pinkeln. Also ich... Oh, hungrig. Wenn du nachts irgendwie so ein bisschen merkst, jetzt, das ist immer blöder beim Pen. Ja. Gut, dann schickt uns eure Schlaftipps doch an. Ihr habt es am Anfang der Show gehört. Ich möchte Fotos sehen, wie ihr schlaft. Von der Decke hängen. Schickt uns einfach Fotos, wie ihr schlaft. Genau. Add für Nüsse-Pod auf Twitter, für Nüsse mit Dirk und Klaus auf euren Podcast-Apps oder bei YouTube. Für Nüsse at gmail.com Danke, aus unserer Analphabeten-Ecke. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich hab's in der Innenhand. Ritter des Rechts. Ja. Tschüss. Mit Nüss.